Willkommen zum nächsten Video. Jetzt ist wieder die Sturmsaison in Forza Horizon 5 und leider keine Schatzsuche diesmal, aber wir haben hier eine Fotoherausforderung, die werde ich machen und die Sammelobjekte. So, in dem Video jetzt die Fotoherausforderung und ich habe es schon mal versucht, also es ist egal welchen Audi man fotografiert, das ist hier der RS7. Und jetzt bin ich gespannt, ob das hier funktioniert. Ich zeige auch noch gleich, wo auf der Karte. Endlich. Ist jetzt schon der dritte Versuch, also es ist nicht egal, wo man das Foto macht. Ja, verlassen. Jetzt zeige ich noch, wo auf der Karte. Und zwar hier bei diesen Wasserfällen. Ich habe das hier in der Mitte schon versucht. Ich habe das hier vorne versucht. Hier. Es funktioniert jetzt wahrscheinlich nur hier. Ach, noch gucken, dass es auch wirklich funktioniert hat. Genau, jetzt ist Gold. Jetzt hat es funktioniert. Okay, das war es dann schon mit diesem Video. Ihr könnt mir gerne ein Abo da lassen oder ein Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.